Zahngesundheit ist ein wichtiger Aspekt, den wir alle im Auge behalten sollten. Unsere Z-Arne spielen nicht nur eine entscheidende Rolle beim Kauen und Sprechen, sondern sind auch ein wesentlicher Bestandteil unseres arweiheren Erscheinungsbildes. Leider sind Z-Arne nicht und verweilen viertelstlich und viele Menschen leiden im Laufe ihres Lebens an verschiedenen Zahnerkrankungen. Eine Magglichkeit, defekte oder beschadigte Z-Arne zu reparieren und ihr Aussehen zu verbessern, sind Zahnkronen. Aber welche Vorteile bieten Zahnkronen tatsächlich? Zahnkronen sind Schutze 1 Viertel Lenn, die A 1 Viertel BER einem beschadigten oder Werfererbteenzahn platziert werden, um seine Form, GAA-Eie und Funktion wiederherzustellen. Sie kann in aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Metall oder Kunststoff hergestellt werden und werden individuell an den betroffenen Zahn angepasst. Ein Zahnarzt kann Zahnkronen empfehlen, um eine Vielzahl von Problemen zu lasern und dem Patienten ein Scharnäreslatschellen und eine verbesserte Zahngesundheit zu ärmerglichen. Ein offensichtlicher Vorteil von Zahnkronen ist ihre astetische Wirkung. Zahnkronen kann ihn eingesetzt werden, um Werfererbte oder abgebrochene Z-Arne zu verdecken und das Latschellen eines Menschen zu verscharnähern. Die Kronen werden speziell an die Natter einviertelriche Zahnfarbe angepasst, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Dara ein Viertel BER hinaus kann ihn sie auch die Form und GAA-Eie eines Zahns korrigieren, um ein gleichma-eiges und ansprechendes Erscheinungsbild zu bieten. Mit Zahnkronen kann man also nicht nur seine Zahngesundheit wiederherstellen, sondern auch sein Selbstbewusstsein steigern und wieder unbeschwert Latschellen. Ein weiterer Vorteil von Zahnkronen ist ihre Funktionalität. Wenn ein Zahn stark beschadigt ist, kann eine Krone helfen, ihn vor weiteren Schaden zu Scha ein Viertel ziehen und seine Funktion beim Kauen und Sprechen wiederherzustellen. Eine Krone kann auch verwendet werden, um einen Zahn zu stabilisieren, der durch Caris oder eine Wurzelbehandlung geschwahrt CHT ist. Auf diese Weise kann ihn Zahnkronen dazu beitragen, dass der betroffene Zahn lange erhalten bleibt und der Patient weiterhin uneingeschra in KT essen und sprechen kann. Zahnkronen sind also nicht nur eine kosmetische, sondern auch eine funktionale Lassung FA ein Viertel R Zahnerkrankungen. Dara ein Viertel BER hinaus bieten Zahnkronen den Vorteil einer langen Haltbarkeit. Mit der richtigen Pflege und regelma-eigen Zahnarzt besuchen kann ihn Kronen viele Jahre halten und dem Patienten eine langfristige Lassung FA ein Viertel R seine Zahngesundheit bieten. Im Vergleich zu anderen zahnarztlichen Behandlungen sind Zahnkronen eine kostengareinviertelinstige Option, die langfristig Kosten sparen kann, da sie weniger anfällig FA ein Viertel R Reparaturen und Ersatz sind. Durch die Investition in Zahnkronen kann man also nicht nur seine Zahnische ein Viertel 10, sondern auch langfristig von ihrer Wirksamkeit profitieren. Ein weiterer Groaier-Vorteil von Zahnkronen ist ihre Vielseitigkeit. Kronen kann ihn nicht nur zur Reparatur von beschadigten Zahninen verwendet werden, sondern auch zur Abdeckung von Zahnimplantaten oder zur Befestigung von Zahnbra ein Viertel 10. Sie bieten also eine flexible Lassung FA ein Viertel R verschiedene Zahnerkrankungen und Probleme. Zahnkronen kann ihn auch als Prophylaxe eingesetzt werden, um gesunde Zahnähe vor weiteren Schaden zu Scha ein Viertel 10 und ihre Gesundheit langfristig zu erhalten. Insgesamt bieten Zahnkronen also eine vielseitige Behandlungsmöglichkeit FA ein Viertel R verschiedene zahnarztliche Probleme. Zusammenfassend bieten Zahnkronen eine Vielzahl von Vorteilen, die sowohl die Arztetik als auch die Gesundheit unserer Z.A.N.I. verbessern kann ihn. Durch die individuelle Anpassung an den betroffenen Zahnkronen Kronendefekte oder beschadigte Z.A.N.I. effektiv reparieren und ihr Aussehen und ihre Funktion wiederherstellen. Mit Zahnkronen kann ihn Patienten ihr Selbstbewusstsein steigern, ihre Zahngesundheit verbessern und langfristig Kosten sparen. Wenn Sie also an Zahnproblemen leiden und nach einer effektiven Lassung suchen, sollten Sie die Vorteile von Zahnkronen in Betracht ziehen. Ihr Latschellen wird es Ihnen danken. Zahnkronen Zahnkronen